Habeck subventioniert Monsterdienstwagen. Von Dirk Maxeiner. Zwei bis drei Tonnen schwere Elektromonster bis zu einem Kaufpreis von 95.000 Euro sind das neueste Förderobjekt von Robert Habeck. Den kleinen Leuten wird das Autofahren derweil vergelt. Robert Habeck hat es nicht leicht, wenn er durch die Lande reist. Man denke nur an den ein wenig frostigen Empfang, den ihm vor einiger Zeit die nordfriesischen Bauern bereiteten. Die blickten so grimmig drein, dass Habeck sich nicht von der Fähre im Hafen traute und den geordneten Rückzug zur Hallig-Hoge antrat. Dummerweise hatte er kein kleines Gastgeschenk für die dortige Landbevölkerung in seiner Brotzeitdose. Nett wäre beispielsweise die Rücknahme der Steuererhöhung auf Agrardiesel gewesen, für die Bauern so eine Art Heuschreckenplage. Aber Bauern fahren ja auch nur Traktor. Berliner Honoratioren betrachten solche robusten Geistesnaturen nicht als satisfaktionsfähig. Ganz anders lief das am Montag, als Habeck in Stuttgart Untertürkheim anlandete, um den sogenannten E-Campus von Mercedes-Benz zu eröffnen. Dort hatte sich die Creme de la Creme des Wirtschaftsstandortes versammelt, also viel maßgeschneiderter Zwirn und ganz viel teure Limousinen mit dem Stern auf der Haube. Da fühlte Habeck sich gleich wie zu Hause, zumal sein alter Kumpel Winfried Mau Kretschmann auch da war. Eine neue Halle wurde eingeweiht. Dort will der Autobauer die Batterietechnologien der Zukunft testen und kleinere Serien fertigen, schrieb die Wirtschaftswoche mit der Betonung auf kleinere Serien. Zur Feier des Tages hatte Robert Habeck, so die Welt, eine kleine Subvention im Gepäck. Zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Finanzminister Christian Lindner hat er sich auf Sonderabschreibungen für protzige Dienstwagen bis zu einem Anschaffungspreis von 95.000 Euro geeinigt. Vorausgesetzt, die fahren elektrisch. Der Elektromotor ist inzwischen so etwas wie das ökologische Lametta der Zweiklassengesellschaft. Der andere Teil der Bevölkerung soll zu Fuß gehen. Das Ganze gilt wohl rückwirkend zum 1. Juli 2024 und bis einschließlich 2028. Wir sagen, Unternehmen können einen hohen Anteil des Kaufpreises von Dienstwagen in wenigen Jahren von der Steuer absetzen. Die Details sind noch nicht bekannt. Ein praktisches Beispiel. Mercedes kann künftig den Kaufpreis eines Dienstwagens für Herrn Kelenius kräftig und schnell von der Steuer absetzen. Etwa eines fetten Mercedes EQE SUV, der mit seiner Batterie und vollbeladen gewichtsmäßig auf drei Tonnen zustrebt. Ein ökologisch und ökonomisch völlig durchgeknalltes Auto, dessen Existenz einzig und allein einer ideologisierten Gesetzgebung zuzuschreiben ist. Und es geht noch weiter. Für die Privatnutzung muss Herr Kelenius monatlich nur 0,25% des Neuwagenwertes, angenommene 95.000 Euro, als geldwerter Gewinn versteuern. Ein Bauer, der mit seinem Ford Diesel, Kaufpreis angenommen 25.000 Euro, tagsüber Milchkannen und abends privat spazieren fährt, wird dagegen mit einem Prozent monatlich zur Kasse gebeten. Er zahlt also genauso viel wie Ole Kelenius für seinen elektrischen Monsterlastwagen. So sieht grüne Politik 2024 aus. Eine weitere Meisterleistung des Zweiklassendenks? Ende letzten Jahres schickte Habeck die E-Auto-Konjunktur ins Straflager, in dem er von heute auf morgen die Kaufprämien strich. Was vor allem die privaten Autokäufer traf, die nichts steuerlich absetzen können. Die psychologischen Auswirkungen der gestrichenen Förderprämie waren verheerend, schreibt die Welt. Herrn Habecks Diktum, ein Unternehmen sei nicht pleite, sondern hört nur auf zu produzieren, bewahrheitete sich prompt. Aktuell etwa in Zwickau am E-Auto-Standort von Volkswagen, wo inzwischen 1.000 Stellen zur Disposition stehen. Die Volkswagen-Tochter Audi erwägt, die Fertigung ihres Oberklasse-Elektromodells Q8 e-tron wegen schwacher Nachfrage vorzeitig einzustellen. Volkswagen rechnet mit neuen Belastungen von 2,6 Milliarden Euro, meldete das Handelsblatt. Genau wie Robert Habeck die Produktion mit einem Handstreich stoppte, glaubt er nun, sie wieder ankurbeln zu können. Das wird aber schon allein deshalb nicht klappen, weil diesen Herrschaften niemand mehr irgendetwas glaubt. Wer vergangene Woche die grinsende Präsentation des Haushaltes in der Bundespressekonferenz verfolgt hat, weiß, dass von ernstzunehmender Wirtschafts- und Finanzpolitik schon längst nicht mehr die Rede sein kann. Ich tippe mal darauf, dass einige Unternehmen, die aus Imagegründen für einen Mitarbeiter einen E-Dienstwagen anschaffen wollen, die Steuergeschenke dankend mitnehmen. Außerdem werden vermutlich in der gesamten deutschen Autoindustrie die Führungskräfte dazu verdonnert, künftig mehr Zeit an E-Ladestellen als im Büro zu verbringen, sprich, sich einen elektrischen Dienstwagen aus der großen Halde herauszusuchen. E-Autos, die der private Kunde nicht kaufen will, kaufen die Hersteller dann selbst. So etwas nennt man Kreislaufwirtschaft. Die politisch gewollte, viel gehypte, aber leider von der Wirklichkeit geplagte E-Autowende erweist sich ja längst als mittlerer Totalschaden. Die Batteriefahrzeuge gelten als Standuhren, die die Werks- und Händlerparkplätze verstopfen und nur noch mit gewaltigen Rabatten und das misstrauische Volk gebracht werden können. Schuld daran haben die technischen und infrastrukturellen Gegebenheiten. Das Prinzip Hoffnung befördert eben niemanden ohne Tankstopp von Hamburg nach München. Dafür braucht es schon einen ordentlichen Dieselmotor. Während die Zahl der verkauften E-Autos unter dem Meeresspiegel verschwindet, befindet sich das Gehalt von Ole Kellenius übrigens mit einer Lohnsteigerung von 80% auf 12,2 Millionen Euro im Jahr 2023 auf der obersten Plattform des Stuttgarter Fernsehturms. Wohlverhalten wird eben belohnt. Es ging in Stuttgart wohl in erster Linie um die Aufrechterhaltung der großen E-Auto-Erzählung, die Kellenius dem Lande und seiner Belegschaft vorgeflunkert hatte. Wie Großmutter das Märchen vom Tischlein deckt dich. Bis 2030 werde Mercedes nur noch E-Autos bauen, versprach Kellenius. Ein utopischer und politisch opportuner Plan, der inzwischen längst wieder kassiert wurde. Die technische und infrastrukturelle Wirklichkeit und die widerspenstige Kundschaft brachte die Daimler E-Auto-Strategie ins Schleudern wie einen zu schnell gefahrenen AMG-Mercedes bei Aquaplaning. Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Kellenius bedankte sich brav für die Subventionen, denn das Land brauche, gerade jetzt, eine positive Einstellung, eine Can-Do-Mentalität. Auch Landeschef Winfried Kretschmann griff rhetorisch in die Wunderkiste, als gelte es, Maos Langmarsch doch noch zum glorreichen Weltheil zu führen. Bei allem Rumgenörgele, das wir immer noch hören. Die Elektromobilität wird kommen, der Elektroantrieb wird sich bei Pkw durchsetzen. Davon bin ich überzeugt und ich glaube, dass er sogar unschlagbar ist, rief er in die Halle. Das Land brauche Mut und Investitionen, so wie bei Mercedes. Tatsächlich muss in der Autobranche erst einmal Zeit gewonnen werden. Gras soll über den unfruchtbaren Acker wachsen. Und so raunt man sich in den Werkskantinen allerlei hübsche Begebenheiten zu. Der Produktionsstart angekündigter neuer E-Modelle verzögert sich auf wundersame Weise. Immer wieder treten unvorhersehbare Hindernisse auf die Fahrbahn, so ähnlich wie beim Krötenwechsel in der Leichtzeit. Die Verzögerungstaktik beim Serienanlauf neuer E-Mobile erinnert derzeit stark an einen Heiratsschwindler, der sich zwei Kilometer vor dem Erreichen des Traualtars mit einer kreativen Ausrede in die Büsche schlägt. Den Verbrennerfahrzeugen, die trotzig weiter nachgefragt werden, lässt man längst heimlich Frischzellkuren und Fango-Packungen verabreichen, damit sie über ihren angekündigten Todestag hinaus unauffällig vom Band huschen können. Die Mercedes S-Klasse mit Benzinmotor wird gerade noch einmal aufgefrischt. Früher hieß so etwas Modellpflege. S auch so zu nennen, wäre aber schlecht für die Karriere. Die gleichen Leute, die jetzt teure elektrische Dienstwagen subventionieren, sind übrigens dabei, auf chinesische Elektroautos hohe Zölle zu erheben. Es hat sich herumgesprochen, dass auch die Chinesen auf ihren in großen Massen produzierten und staatlich subventionierten E-Mobilen sitzen bleiben und sie nun zu Dumpingpreisen in Europa verklappen wollen. Was der hiesigen Autoindustrie früher oder später das Verbrennerverbot lässt grüßen, den Gar ausmachen würde. Zumindest für Dienstwagen können die Chinesen nun die Zölle mit den Steuergeschenken gegenrechnen. Irgendein zielführender Gedanke ist in dieser Politik beim besten Willen nicht mehr erkennbar.